Im Spiegelhaus sieht sich der Mensch hundertfach vervielfältigt und in alle Richtungen ausgedehnt. Der Raum lädt zum Spielen mit den eigenen Spiegelbildern ein. Zugleich zeigt das Spiegelhaus einen mathematisch-konstruktiven Charakter. Da sich überall das Gleiche zeigt, wird die Stelle vom Inhalt, die Quantität von der Qualität, im mathematischen Raum entkoppelt. Der Mittelpunkt des Raumes ist frei verschiebbar. Jedes Abbild von uns kann als Ausgangspunkt eines Koordinatensystems dienen. Der Besucher verliert seinen besonderen Standpunkt. Der Raum wird zergliedert, weswegen das Spiegelhaus analytische Prozesse symbolisiert, in dem Zergliederung und Quantität die Stichworte sind.